Was heißt das für die Ausbildung? Das heißt, dass wir in der Ausbildung deutlich umgestellt haben. Wir haben umgestellt bei der Auswahl für die Ausbildung, weil oft bringen junge Leute, die bei uns was lernen wollen, viel mit, wovon wir auch noch lernen können. Wir sind sehr viel diverser und breiter aufgestellt. Wir haben nicht mehr die strenge Regeln, dass man ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben muss, weil man kann möglicherweise sehr viel mitbringen, selbst wenn man nicht studiert hat, aber praktisch aktiv war. Und es heißt, dass wir die Ausbildung verlängert haben auf zwei Jahre und einen ganz, ganz großen Schwerpunkt auf die Digitalisierung legen. Was ist noch anders geworden? Anders geworden ist sicher auch, dass wir einen Schwerpunkt gesetzt haben, uns fit zu machen für das, was ich eben schon angeschnitten habe, digitale Transformation. Es ist spannend. Ich bin damals gewählt worden mit dem Etikett Kontinuität, weil ich war fünf Jahre Stellvertreter. Und dieses Etikett hat mir ermöglicht, ganz viel zu verändern, weil es nicht das Misstrauen gab. Der muss sich jetzt beweisen, dass er viel ändert. Wir arbeiten auch in der Geschäftsleitung ganz anders. Früher hatten wir einen großen Sitzungssaal mit einem schweren Tisch, mit Sesseln. Am Kopfende saß der Intendant und der hat die Wortmeldungen erteilt. Heute tagen wir überwiegend digital. Wir haben Augenhöhenprinzip vereinbart, dass jeder zwei Rollen einzubringen hat. Einmal das Fachliche und andererseits die Rolle für den HR. Und dass auch jemand seinem Chef oder seiner Chefin widersprechen nicht nur darf, sondern muss, damit wir zu gemeinsamen Ergebnissen kommen. Wir arbeiten komplett anders zusammen in der Geschäftsleitung als noch vor einigen Jahren. Wer gehört zur Geschäftsleitung? Welche Rollen? Wir haben in der Geschäftsleitung, im Gesetz gibt es im HR nur eine einzige Geschäftsleitung, das ist der Intendant. Das steht nämlich im Gesetz, der leitet und verwaltet den HR. Und hält den Kopf hin. Und hält den Kopf hin. Das ist auch ein guter Teil der Aufgabe. Wir haben nur noch zwei Direktionen, nämlich eine starke Programmdirektion, eine starke Betriebsdirektion. Und das Justiziariat ist dem Intendanten zugeordnet. Aber wir haben Kompetenzfelder noch besetzt. Die Produktion, die IT, Finanzen, Personal, ganz, ganz wichtig. Aber auf Augenhöhe reden auch mit der Chef der Kommunikation und beispielsweise die Leiterin der Intendanz und meine persönliche Referentin, die den gleichen Status in unserer Runde hat, weil wir unterschiedliche Perspektiven wollen wie der Intendant. Ja, ich hatte ja gesagt, anders kann man positiv wie negativ bewerten, sind Dinge objektiv auch schlechter geworden. Da können ja auch die Rahmenbedingungen ja auch für verantwortlich sein. Also die Rahmenbedingungen sind immer wieder schwieriger geworden. Als ich angefangen habe beispielsweise, hatten wir damals eingeplant, dass wir nicht mehr zahlen müssen, um ins Kabelnetz zu gehen. Dann gab es 20 Urteile von Gerichten, die unsere Position bestätigt haben. Das 21. Urteil hat gesagt, ihr habt gegen Kartellrecht verstoßen und ihr hättet nicht kündigen dürfen. Mit dem Ergebnis, dass für die ARD gesamt 300 Millionen Belastungen, davon 7,4 Prozent auf den HR zugekommen sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017